Wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsformate dieser Sendung, Frings on Air unverfälscht. Für alle, die noch nicht wissen, was das genau ist, so viel sei gesagt, der Ernst des Lebens darf nicht die Überhand gewinnen und man muss auch mal über sich selber lachen können. Das geht am besten mit einer Selbstparodie über unsere Sendung Frings on Air. Heute geht es um den Nachwuchs in der Redaktion. Klappe ab. Frings on Air wird dominiert von Abiturienten. Doch in wenigen Monaten ist alles vorbei. Heute geht es also um Zukunftsplanungen in der Redaktionssitzung mit Chefredakteur Felix. Felix, wir müssen reden. Was gibt's, Katja? Wir brauchen Nachwuchs. Bitte was? Ich will noch keine Kinder. Idiot, nicht solchen Nachwuchs. Es geht ums Radio. In drei bis vier Monaten seid ihr alle weg. Und dann? Tja. Nach uns die Sinnflut, würde ich sagen, ne? Ja, aber ich bin auch noch nächstes Jahr hier. Und zu dritt schaffen wir keine Sendung. Zumindest keine gute. Da Felix natürlich immer ein offenes Ohr für die Probleme seiner Sklaven, äh, Redakteure hat, hat er sogleich eine Durchsage gemacht. Hallo, liebe Kinder da draußen. Wollt ihr nicht auch berühmt werden? In den Medien? Dann kommt doch zu uns in den Keller. Zur Radio AG. Wir werden viel Spaß haben. Wir sind voll fresh und töfte. Ich hoffe, ihr habt Bock. Also, auf Radio. Das war etwas verstörend. Ach ja? Was meinst du, wie Christian hier Mitglied geworden ist? Entgegen jeder Erwartung kamen einige Kandidaten für Frings on Air. Hallo? Hi, wie heißt du? Kevin. Raus, Nächster. Und wer bist du? Anna. Und was kannst du? Also, ich kann singen, hab schon vier Romane veröffentlicht, bin Erfinderin und arbeite nebenbei... Ja gut, interessiert mich nicht. Nächster. Ah, ah, aber... Nichts aber. Nächster. Ihr seid so fies. Wer hier bestehen will, muss ein Elefant sein. Faul, langsam und träge? Nein, mit einer dicken Haut. Wer das hier nicht aushält, hat hier nichts verloren. Aha, nun gut. Es gibt ja hoffentlich noch jemanden. Jo, Misch. Ich bin der Jerome, ne? Meine Assi-Antenne schlägt aus. Egal, wer bist du und was willst du? Ja, keine Ahnung. Draußen ist es kalt, hier ist es warm und ich hab Durchsage gehört. Perfekt. Willkommen bei Frings on Air. Mit der Einstellung bist du hier goldrichtig. Komm, ich zeig dir mal das Studio. Korrekt.